Ging auf jeden Fall ganz gut und schön reich. Einfach ein paar Typen Platzpropeller. Einfach ein paar Typen Platzpropeller. Ja, hey, ich muss ja auch mal durch. Das ist so richtig ab, Alter. Aber wechseln wir gleich einmal. Ja, hey, ich muss ja auch mal durch. Warte, da stand irgendwas unten von Distrikt zu weisen, oder? Warst du gemütlich? Danke, dass du das erledigt hast. Vielleicht habe ich später noch einen Job für dich. Der Garten kann mich irritieren. Ah. Okay. Warte. 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 Vielen Dank. Okay. Okay. Interessant. Ah. Okay, das ist interessant tatsächlich. Ich blicke gerade nicht, wie ich hier den Gefallen so von wegen. Mehr, wie heißt es nochmal, noch ein zusätzlicher Gerundheitsbalken bekommen. Hm. So, dann reden wir mal mit der guten alten Cass. Da fahren wir uns hier noch eine Schutzweste ab. Ja, ja, meb, meb. Ich meb dich auch hart im Arsch. Okay. Hey, das ist ja dasselbe Wagen wie der Bord mit Polen. Finde ich nice. Ja, fahr. So. Die Oli bleibt da einfach alles gerade auf dem Silberstreifen stehen. Zeit für alles. Alter. Alter. Wie auch immer. Ist ja. Dann gehen wir. Einen. Kann in die Oli gibt. Es geht ein bisschen besser auf. Ich weiß es nicht, wir sieht aus wie ich selbst. Es geht ein bisschen besser auf. Der ist immer der Bord. Der ist aber auch nicht. Ich bin hinten. Es geht ein bisschen besser auf. okay mein charakter ist nicht ich hatte gehofft eigentlich ja wie scheiß egal dass ich eine schwangere frau zu haben ich wollte nur sagen ist schön wieder arbeit zu haben scheint nicht da falsch halb so weit es sieht gerade richtig nice aus muss ich schon zugeben Also grafisch hat das Spiel echt schon gut abgesehen es gibt auf jeden Fall noch Bugs was die Grafik betrifft, aber wenn sie mal läuft, die Grafik ohne Fehler dann sieht es auf jeden Fall ziemlich nice das muss ich dem Spiel auf jeden Fall abhören das ist auch nicht so scheinbar